hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe neuen neue spiel resident evil 4 ja ich hoffe es wird euch gefallen wie gesagt zu diesen vier let's play und ja legen wir mal los haupt story neue spiel und los geht's extra für euch habe ich resident evil 4 mehr besorgt und und wollte euch das auf youtube einfach zeigen bevor ihr werdet spaß an diese videos haben 30 september 98 an jenem tag starb der polizist in mir in der nacht wurde raccoon city ausgelöscht schuld waren umbrellas bio waffen ich hab's raus geschafft aber viele andere hatten kein glück später bat man mich einem geheimen regierungsprogramm beizutreten ich hatte keine wahl das training die missionen macht mich fast um aber sie brachten mich auf andere gedanken wenn ich jene nacht nur vergessen könnte den schmerz nur für einen moment diesmal kann ich was bewirken das muss dann erzähl mal was willst du an diesem ort so nah am arsch der welt sagen wir ich suche jemanden muss jemand ziemlich bistig sein ja wie viel kann von ganz oben helft ihm sagte er ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus um marshmallows zu rösten ja genau oder doch äh ne ich hoffe nicht ich kann sicher auf euch zählen ich glaube hier ist das die natur hofft ja dann mach mal hin wir haben keine zeit weil ich nein danke danke ich bin ich bin keine und ich habe ich habe eins etwas Ja, könnte ich. Ja, dann gucken wir mal nach ihm, ne? So, Kapitel 1. Den Polizisten suchen. Ja. Ja, da sind Unkraut gelatscht. Hm. Hm. Jemand zu Hause? Na echt mal. Hm. Was ist das? Ah. Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Mitnehmen kann man es nicht. Nö. Okay. Ah. Sonst ist hier nichts. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Ich brauche mal einen Schlüssel. Ja. 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 Entschuldigung. dass ich so reinplatze. Was sollte das denn? Das gefällt mir nicht. Der ist schonmal der Schlüssel? Ach, die Jagd. Okay. Hallo? Aha. Polizeimarke. Nationales Polizeikorps. Mario. Fernandes Castano. Polizeibeamter. Was ist das denn für ein Tier? Ein komisches Tier. Lecker, 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 lecker. Das sieht doch wunderbar aus. Hierfür war der Schlüssel. Ja. So. Oh. Oh. No. Wieso? Hm. Oh, da ist der Polizist Ich glaube, der ist tot Auch ein bisschen Was war das? Langsam ist es nicht mehr witzig Na echt Noch drei Schuss Oh shit Langsam ist es nicht mehr witzig Kann schon sein Okay Was macht ihr in meinem Schlafzimmer? Geht so gar nicht Ich gehe mal hier lang Oh Okay Da war ich ja eh schon drin gewesen in dem Raum Da war ja nichts Was ist? Hier ist Condor One Hannigan hier Wie geht's voran? Die Präsidententochter Baby Eagle Sie könnte in diesem Dorf sein Wie wir vermutet hatten Gut gemacht Brauche die Route zu einem See hier Vielleicht ist sie dort Verstanden Ich setze mich sofort dran Beeil dich Mit den Leuten hier stimmt was nicht Das ist wohl wahr Ich finde selbst draus Sehr gut Sehr gut Sehr gut Hm Yo Karte aktualisiert Alles klar Alles klar Ah Warte mal Die Krähe Scheiße Die Krähen geben doch Münzen Oder? Kommt die nochmal weher Die Krähe? Ich weiß nicht Glaub dich Sieht nicht danach aus Egal Hm? Munition Ah Schießpulver Dann speichern wir mal Kapitel 1 Und weiter geht's Und weiter geht's Ah Oh 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 ihr seht das wunderpässe das noch mehr munition das 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 Hm? Schießpulver. Noch mehr Schießpulver. Ach, Mann, was ist das denn, er da? Na, ehrlich. Na, packen wir mal da runter. Hier, das war's schon. Lol. Okay. Okay. Ah, lecker. Rotes Kraut. Okay. Oh, blendgrade. Munition. Hm. Sehr gut, kann man immer gebrauchen, ne? Ah, guck mal. Ja. Ja, ja. Ich weiß. So. Hm. Hm. Yo. Was ist das denn, er fällt einfach mal ein Kopf da oben runter. Oha. Oha. Hm. Shhh. Shhh. Boah, ich hab hier, ähm. Ach so, kann ich gar nicht herstellen. Okay. Grün ist kalt. Hm. Na, immer kennen. Schießpulver. Ach so, wieder. Oha. 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 Das war's für heute. Okay, man kommt da. Oh, ah. Oh, shit. Noch wer? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe keine Muni mehr. Ich habe noch drei Schuss. Ich habe keinen Schuss mehr gehabt. Ich habe keinen Schuss mehr gehabt. Wenn sie irgendwo hingerufen, wenn der Meister dreimal bimmelt, äh, nicht dreimal, ja, egal. Jo, jetzt seht ihr jetzt noch alles schön hier einsammeln im Dorf. So viele Hütten da. Zum Bingo. Zum Bingo, ja, ja. Resident Evil 4. Zum Bingo, natürlich. Hm. Ha. Conan, Condor One, es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Jo. Mach ich. Erstmal hier lang. Ja, hier, genau. Hier hab ich die schon genommen. Aber hier lacht doch irgendwas rum, ja. Pesetos. Und da ist der Kiste. Noch mehr Pesetos. Da ist eine Pflanze. Oder ein Kraut, ja, gesagt. Na, guck mal. Äh. Mal herstellen. Genau. Oh, eine Handgranate. Oha. Oha. So. Oh, Munition. Da fährt wieder 10 Schuss. Krass. Hm. Diese Leute sind krank. Hm. Einfach mal bei dem Polizisten tot. Jo. Da machst du nix. Hm. Und das zu. Okay. Ah, was ist das? Du kommst nur zu zweit hoch. Oder rein, eher gesagt. Hm. Okay, da muss ich ja irgendwann mal hier wieder zurückkommen. Stimmt's. Okay, ich mach mal aus. So. Schießpulver wieder. Tonnenweise Schießpulver. Pesetos. Pesetos. Ah. Brauchst du n'n Schlüssel. Ich mach mal mit dem Messer. Sehr gut. deine kumpel sind schon weg übrigens du bist zu spät da war ich davon ja ja hier war ich schon in dem war ich noch nicht gewesen konnte man hierhin alles klar wasser hängt Perfekt. Loll, einfach mal durchs Fenster springen. Oh, schön. Sehr schön. Dorfplatz. Okay. Was ist das? Da brauchst du ein Schlüssel. Was haben wir hier? Verschlossene Schublade. Und Wand mit Durchbruch. Okay, hier ist also nichts mehr. Wieso? Ne. So. Wie kommt der runter? Oh, hier ist auch noch was. Aha. Was ist das? Nice. Aua. Guck mal. Geht's noch mehr? Was soll das? Oh. Fürs anpieken. Aber ich glaub hier war's. Das war's glaube ich jetzt. Ich hab hier alles abgesucht hier. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar hier lang. Ne. Nicht hier lang. So ähnlich. Oh, das war ein Kraut. Guck mal. Da kann ich doch eins wieder herstellen. Mit rot. So. Fehlt theoretisch noch zwei gelbe. Probieren wir jetzt mal lang, ne? Jo. Oh. 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 Per setos. Nur per setos? Okay. Erkennt's nicht. Molzonen in der Speisekammer, sag ich jetzt mal. Oh. 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 Noch ein Rubin. Oh. Ha. Ich hab hier mal zwei. Oh. Und ne Schlüssel, den man nicht mehr braucht. Hm. Und ne Schlüssel, die man nicht mehr braucht. Hm. So. Hm. Oh. 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 Ah. Die Mühle. Oh, okay. Speichern. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch damit begeistern. Mit diesen, ja. Mit diesen neuen Abschneiden mit Resident Evil 4. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ja, dann folgt mir doch gerne auf Twitch. Wenn ihr keine Live mehr verpassen wollt. XXMichaelBOXX Und auf YouTube heiße ich Gaming Michael BO. Dort könnt ihr meine Videos gerne liken, kommentieren. Und auch gerne ein Abo dort lassen, wenn ihr das wünscht. Ja. Alles klar. Dann sag ich euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.